So könnt ihr euch im Kreativmodus ganz groß machen und auch ganz klein werden. Folgt mir gerne und lasst vorher nochmal ein Like da. Und das ist der Mapcode, den ihr eingeben müsst. Als erstes müssen wir das Spiel starten. Wenn ihr euch kleiner machen wollt, dann müsst ihr auf die linke Seite. Und dann müsst ihr euch sofort bücken. Und dann müsst ihr auf diese Kugeln zielen. Und ihr dürft auf gar keinen Fall auf die Kugeln rauf gehen, weil sonst funktioniert es nicht. Ich probiere es jetzt mal hier und wie ihr seht hat es geklappt. Und ihr müsst jetzt direkt auf zurück zum Zentrum drücken, damit ihr dann eure Freunde ärgern könnt. Genau das gleiche müsst ihr machen, wenn ihr euch groß machen wollt. Und ich zeige euch jetzt mal, wie es im Spiel aussieht. Und ich zeige euch jetzt mal, wie es ihr macht.